Was geht ab und herzlich willkommen zu Mad Max das Spiel. Mad Max das Spiel Leute. So. Rostvogel ist completed. Was gibt es denn hier denn noch? Wo bin ich denn? Ach da bin ich. Was ist das denn? Kolonnenroute. Ich will die mal ficken. Mal sehen was passiert. Keine Munition. Nichts ey. Alles klar. Die fahren halt lächerlich. Dann bräuchte ich gar nicht zu jagen. Was ist das denn? Todesfahrt. Abkürzung. Todesfahrt ermöglichen. Blablabla hat der F. Alter. Das zu lesen hab ich keinen Bock grad ey. Aber nur cruisen. Bisschen Motor aufpimpen lassen. Dann kann man weiter hier. Ich schaue das wenn ich mit Speed fahren kann. Mal. Mal trocken würden. Was ist das denn hier? Ne ne. Ey ne. Ich hab letztens diese Scheiße gemacht. Ich glaub. 4-5 mal bin ich gefahren hab. Weil ich Low Fahrzeuge in der Base hab. Obkuskrieg. Fassschlacht. Zerstörer bei jedem Checkpoint ein Pass. Erreiche das Ziel vor all dem anderen Fahrern. Und bevor die Bombe unter deinem Fahrzeug explodiert. Bau deinen Fahrer ganz eigenen Magnum Opus und Fahrer damit rennen gegen deine Besitzung. F**k. Wir machen dieses Rennen. Hier. Ich hab ja mein Fahrzeug letztens zurückgebracht. Weil ich verloren hab die ganze Zeit. Es ist Zeit für Rennen. Rennen. Aber welche Fässer zerstören? Wie überhaupt? Die Bombe platziert. Nein! Das ist halt Nito, Alter. Lächerlich schon wieder. Das ist so lächerlich gemacht. Ich hasse diese Rennen. Ich hasse sie. Weil die Karren, die driften zu viel. Guck mal! Was soll der Scheiß? Ich muss den Lug umbringen, ne? Ich komm, wie weit der Fässer schon ist, ey. Ach ne, er spielt pesos, alter. Guck dir das mal an, alter! Lächerlich! Lächerlich, ey. Einfach nur lächerlich Mann. Einfach nur lächerlich, man. Einfach fast umgefahren. Du FOT WHILEISA, ey. Ne. du Hurensohn 30 Sekunden, 20 Sekunden So, jetzt in 10 Sekunden schaffen Oh mein Gott 0 Sekunden war da Geh weg man Krasser Scheiß Holy shit Das war ein Rennen Ey da ist ein Sniper Holy shit Wo bin ich denn ey What Hier vorne Da ist Jets Festung What the fuck Komm mal her Das ist fix Was ist das Aber warte mal Wenn ich jetzt schon dabei bin Kann ich doch das Teil in die Festung bringen Von Jett oder nicht Na ja komm machen wir mal jetzt Was gibt's hier Bisschen Schrott Da Ja Ja bringen wir es in die Festung von Jett Na ja und dann können wir hier erstmal Vielleicht irgendwas bauen Ich habe irgendwie irgendwie tausend Schrott oder so ein Bullshit Ich hätte aber auch die Tour ist geiles daran Scheiße Weil zu lenken sind diese Fahrzeuge Für Bullshit Weil zu lenken sind diese Fahrzeuge für Bullshit Aber wir haben nicht Die machen Ich habe Kohl Aber Sulfur Aber Sulfur Du musst eine Recon ein Grund für das Und dann etwas das wir nicht machen Das Salty Pete Du musst das 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 Du musst finden Sulfur und Pete Nein 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 Ich bringe dir den Prisoner Du bekommst mir die Ammo Das ist das 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 Wie ist das gemeint Achso, jetzt muss ich die Spastis suchen, oder was? Eins, zwei, drei. Nichts angepostet. Da. Ach du Scheiße, Mann. Waffenkammer, baue eine Werkbank, die Max-Munitionsgültel kostenlos auffällen kann. W-Wa-Nein-Nein-Nein-Nein! Wie viel Schrott habe ich jetzt bezahlt dafür? Nichts neu! Okay. Aber was ist das denn hier, Mann? Matfarm, bau ein Mat, äh, der macht. Bau ein Mat, weil ich der Mat, dass ich das wieder herstellen kann. Teil nötig. Ach so, die sind jetzt auf der Karte abgebildet, die scheiß Teile. Ach so, was ist das denn? Ich bin jetzt auf der Karte abgebildet. Wir haben eine Paulderkarte, danke dir. Jungen, Mann, was ist das? Überall auf der F***-Map, ey. Ich werde nicht mal Sprünge. Die Werkbank füllt jetzt meine Munzeln aus. Die ist aber halt fertig, ne? Die ist auch nice. Okay. Aber was ist das denn hier? Das verstehe ich noch mal hier nicht hier. Sammel einen kleinen Vorratsschrott, um zum Wachtturm das Bestum weiter... Was will ich denn? Fuck you, Alter! Warum soll ich denn hier die Bots helfen? Werkschrott? Motor? Kaufe ich, wie sie... Kann ich nicht freischalten... Aber hier den Ente haben... Aber hier den Ente haben... Easy peasy... Was ist das denn? Sniper? Nice. Ich schoppe um schoppe. Was haben wir hier? Schoppe... Schoppe... Hey... Oh, Loli, kann ich weiterbauen? Oh, Loli, Alter... Mehr kann ich eigentlich nicht mehr machen... Noch 44?! Ja, ich kann auch nicht mehr kaufen... Trrrr... Hohohoho... Holy shit, Alter... Das ist das mal... Meine Frere, warum schilde er denn auf der ver- fickten Brücke? Automatische Bremse... Was will er jetzt von mir? Schild. Will ich so eine Scheiße hier bauen? Ach, scheiß drauf, Pipi. Oh mein Gott, ich kann doch Max verbessern, hab ich aber nicht gemacht. Ey, was war das denn da jetzt? Ach, das ist doch nicht dein Ernst, man. Was soll die Abenteuer? Ja, ich werde die Abenteuer! Was soll das denn nun sein? Das ist eine Schwabe. Ja, ich habe den Abenteuer. Ich habe den Abenteuer noch einen Blick in. wo sind denn jetzt hier mal stürm große stürm wo ist denn der sturm ach scheiße auf die mannen ach du scheiße alter alter wann ist denn der scheiß sturm zu Ende wann ist denn der scheiß sturm zu Ende wanns 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 wohin Alter! 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 Enemy's on the horizon! Alter! Ah, ich bin tot, man! Mach hier die Karre, Kollege! Alter, der Sturbe des Todes! Oh, der wird nach Hause! Na, der wird nach Hause! Holy shit, Alter! Alter, dieser Sturm! Geh weg! Holy shit! Diese Project Belohnung bereit, um das zu machen. Lächerlich, Alter, Mann! Wie das alles rumgeflogen ist, Mann! Alter, Vater! Das war ja nur das Wasser, oder was ist das hier, ne? I'll fix her up in the meantime, Saint! Bam! Doppel, doppel! Alter, die hab ich doch ganz kalt gemacht! Warum bin ich denn wieder da? Alter, die hab ich doch ganz kalt gemacht! Holy shit, ey! Ach, Mann, ne, Mann, ne, Mann, ne, Mann! Ich stehe da jetzt nicht gern! Dieser Sturm, Mann! Ja, aber was ist jetzt mit den Sachen? Wo sind die denn jetzt? Die sind da alle rumgeflogen, wie, keine Ahnung was! Guck mal, die sind... Ich hab keine Ahnung, wo die sind, die sind... Ich hab keine Ahnung, aber was ist denn denn jetzt hier... W Vielen Dank, du Scheiss, boxt! Mach Schrott! Hey, was, wo kommst du denn hier? Geh doch mal weg hier! Was ist das denn hier? In diesem... ... gibt den Schuss gerade schon weg den Allerheiligstes eingewichtet... Achso, ja, ja, okay, gut. Ähm... Was ist das Suchbereich? Ich könnte nützlich gegen Schöne... Ey, Mann, ich hab gerade... Ey, da flogen drei Stück an mir vorbei. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich glaub das war der Penner hier. Der hat mich verfolgt gerade. Oh... Oh... Alter... Knappe Sache. Ach nee, da komm ich doch gar nicht hoch, Mann. Ah doch, hier kann ich ja hinlaufen. Und per du die Karre? Ich... Ey, kommt der Sturm wieder? Ey, Prudy! Ey, Prudy! Wie viele hab ich? Siebzehn Stück! Geräusche Langlebigkeit erhöht Mach-fähigkeit mehr Schaden zu ertragen... Was ist das hier? Intuitation erhöht Mach-fähigkeit, um öffnen länger zu benutzen bevor er sich verbrechen. Erhöht Mach-fähigkeit, um Forderungen zu erzwingen. Erhöht Mach-fähigkeit, um voran zu verhören, mehr Munition zu erhalten. Erhöht Mach-fähigkeit länger am Embootmodus. sein Zeichen ich ich kann nicht mehr hier hier geht noch ein rein hier treibstoff ein bisschen das brauche ich ja nicht unbedingt hier mann was ist das denn Munition machen mehr Schaden bootmodus machen wir das machen wir das hier bestätigen oh jetzt wacht er glaube ich wieder auf achso ja holy shit jetzt ist er weg wo lalalalalalalalalalalalalala was geht jump jump bucket oder wie jetzt so was würd ich jetzt machen eigentlich ich will mal dahin fahren ich will mal was das überhaupt ist warte mal wieso soll ich die straße eigentlich ein bisschen jetzt weiß ich warum ich die straße auf der straße passiert nicht nicht so viel wenn ich hier fahre nur schnell reisen oder ja aber dahinter ist sicherlich du bist der 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 Was ist jetzt hier? Ah, ich war doch schon hier. Ich war doch schon hier, Mann. Oder? War ich hier nicht? Ich war doch hier, Mann. Guck mal, hier ist was. Ich versteh das nicht, Mann. Ich war doch schon vorhin hier. Wieso habe ich das nicht gefunden? Check ich nicht, Mann. Ich schwöre ich, dass ich hier war, Mann. Hier ist ja nichts mehr, ne? Hier auch nicht mehr. Ja toll, die Sachen sind ja hier rumgeflogen. Woher soll ich jetzt wissen, wo die Scheiße alles liegt? Ich muss in die Festung wieder, ne? Ich habe doch keinen Plan, wo das ist. Ja, ich wusste es. Ich muss es mir neu markieren lassen auf der Map. Oh ja, klar, Alter. Soll man das? Was ist denn? Warum? Wie ist denn? Es gibt so vieles schon wieder hier. Wir. Ich will nicht. Ich will nicht. Niemand von uns will dich hier nicht. Guck mal, das ist weg auf der Karte. Was? Guck mal, das ist doch lächerlich schon wieder. Jetzt zeigen dir das mir gar nicht auf der Karte an. Zwei von drei. Wer mach ich das denn? Ist gut, man. Ah, ist ja dumm. Ich dachte, es wird alles angezeigt, aber der will das Game schwer machen. Ist dumm. Mann, guck mal, ich kann hier nicht mal... Ach, grapste Scheiße. Tja, okay. Dann war's das auch mit dieser Folge von Mad Max. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschau.